Guten Abend, liebe Leute. Es ist wieder ein wilder Tag. Also ich war ganz normal bei der Arbeit, habe danach gemerkt, wie geht es zum Mittel? Habe ich erstmal hingelegt, habe ich erstmal ordentlich anderthalb Stunden gepennt, habe aber auch schon die ganze Zeit so einen Druck auf dem Ohr. Deswegen werde ich auch jetzt das Daily sehr versuchen kurz zu halten, weil es war einfach kein Spaß mit Headset. Entsprechend, ja, gestern Internet, habe ich gesagt mit Fragezeichen, heute, während ich bei der Arbeit war, also zum Glück nicht, als ich zu Hause war, aber bei der Arbeit auch so über 30 Disconnects reingehauen. Also mal gucken, wie das so weitergeht. Habe auf jeden Fall da schon mal weiter Bescheid gesagt und hoffe, dass es dann irgendwann doch mal gefixt wirkt, wer weiß. Und ja, das Ganze ist auch sowieso ein bisschen nervig, weil ich eigentlich morgen, morgen Abend 18 Uhr war eigentlich geplant, dass ich Handball-Bundesliga kommentiere in Oldenburg. Aber das wird nicht cool sein, wenn ich kein Headset aufhaben kann, beziehungsweise keinen Kopfhörer oder so. Abgesehen davon, dass ich natürlich auch denke, so, hey, ich persönlich hätte keine Lust, mit so einem angeschlagenen Typen wie mir zu kommentieren, sondern das kann ich halt auch verstehen. Deswegen werde ich da auf jeden Fall, habe ich schon geschrieben, dass ich wahrscheinlich morgen raus bin und mal nach Ersatz gucken müsste. Und ja, dementsprechend auch morgen früh wahrscheinlich keinen Stream, weil das sehe ich gerade nicht. Könnte sein, dass es spontan auch passiert, aber glaube ich nicht. Und deswegen mache ich jetzt die Hände, wünsche euch einen schönen Abend noch, irgendwann gute Nacht und kommt gut ins Wochenende. Haut rein! Haut rein! Scheiße! Wollt ihr alles? Ich tanke hier, ich glaube, ich warte, ich bin. Wir werden uns doch mit uns zu sehen, wenn wir uns dann sehen, Geht dir das auch mit, was ja gerade schon mal hin? So, ich bin mir sicher.